Musik Ich habe mich für den Arbeitsgeber Föch entschieden, einfach weil er in meiner unmittelbaren Lehre ist und weil einfach die Offenheit, Ehrlichkeit und einfach das Betriebsklima gleich von Anfang an gepasst hat. Ich habe mich für die Firma Föch vor 21 Jahren entschieden, habe damals durch einen Bekannten von meinem Vater von der Lehrstelle erfahren, habe mich dann da beworben, habe dann zwei Schnuppertage absolviert und da war mir klar, dass ich mit Föch wachsen möchte. Ich habe mich für die Firma Föch entschieden, weil meine Familie ursprünglich aus dem Bereich Handwerk kommt und dadurch war ich als Kind natürlich schon immer sehr interessiert an Handwerk und auch im Kfz-Bereich. Das Besondere an der Firma Föch war einfach, dass das Betriebsklima von Anfang an gepasst hat und dass, wenn man Hilfe braucht, einfach die Personen und Menschen in dem Betrieb wirklich zur Seite stehen. Die Firma Föch ist für mich dynamisch, zielstrebig, bodenständig und authentisch. Mit drei Wörtern würde ich die Firma Föch am besten beschreiben, als modern, digital und natürlich als kompetent.